Jasmin Flury von den Glücksgefühlen übermannt, kann es gar nicht recht glauben. In 1. Platz und neue Weltkampion, die Zwitserland-Jasmin Flury! Ja, und das definitiv der grösste Moment, der grösste Augenblick in der Karriere von Jasmin Flury, die 29-jährige Bündnerin. In 3. Platz, die Zwitserland-Jasmin Flury-Jasmin 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 Flury! Ja, und Gorin Suter mit der nächsten WM-Medaille.